Wie heißt der Computer? Garmin, das ist ein Navi-Hersteller. Garmin. Garmin. Gustav, Anton, okay, alles klar. Garmin, ja. Und der meistgekaufte, denke ich, weil der auch eine Fahrradhalterung hat und von den Fahrradfahrern sehr geliebt wird, heißt Edge 800. Edge? Edge für die Kante. Edge 800. Und ist der Beste? Ich würde mal sagen, es ist der beliebteste. Okay. Garmin, Fahrrad, Computer. Wunderbar. Herr Sponsor, ich hoffe, Sie haben noch für zwei das Budget. Schöne. Schöne. Schöne.